Einige Opfer, was hier hält, bin ich ja. Oh, wie liegt jetzt? Äh? W-Wäh? So. Oh, das ist mein Checkpoint. Das war's. Nicht mit mich. 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 Okay, ich muss hier etwas aufnehmen. Ich will jetzt nicht... Weißt du... Ich weiß nicht, was du denn da? Das ist dein Geist! Ich weiß nicht, was du denn da sind? Es ist nicht so, was du denn da? Ich weiß nicht, was du denn da? Ich weiß nicht. Das ist nicht so, was du denn da? Oh mein Gott, das ist aber... ... in den Weg an. Oh, er ist verstanden. Okay. Was ist hier? Was ist hier? Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Genevieve, Harlan Wade hier. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Als erstes, maßen Sie sich nicht an, meine Gefühle zu kennen. Das ist beleidigend. Und verschonen Sie mich mit Phrasen wie die Toten begraben. Sie sind kein Seelenklemmtner. Fakt ist, wir wären nicht in dieser Situation, wenn Sie auf mich gehüllt hätten. Und jetzt wollen Sie sich Ihr Grab noch tiefer graben. Irgendwann graben Sie sich runter in die Hölle. Nächste Nachricht von... Phil Vecchio. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Genevieve. Harlan will damit wohl andeuten, dass wir nichts Unüberlenktes tun sollen. Ich weiß ja, dass wir unter Zeitdruck stehen, aber wir müssen strategisch denken. Angesichts der Ereignisse erscheint es mir eine fragwürdige Entscheidung, das Gewölbe wieder zu öffnen. Wahrscheinlich gießen wir damit nur Öl ins Feuer. Ende der Nachrichten. Ja, Öl ins Feuer ist schon... ...artgürdig. 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 Ich habe diese Scheibe vorhin, Ihr... ... Parks,unch... ... das ist immer noch Toll... ... Somit ist immer das. Was ist das? 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 Spannende Musik, und... ...schau... 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 Das war's für heute. Nehm ich mal. Ich bin hier hoch mit. Ich bin hier gut. Ich muss hier mal beilassen. Geht das langsam wieder? Ich bin hier gut. 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 Das ist das assault Sch own! Ich bin hier gut. Ich bin hier gut. Also Vettel wurde nicht aus Hammond Wade's DNS gemacht. In einer E-Mail von Wade heißt das, dass Subjekt nicht in einem künstlichen Koma. Die Clowns der ATC Security haben Bishop getötet, damit nichts nach außen drücken. Ethisch-fragenwürdige, jenetische Experimente, die alle hier keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Ich glaube, die Fantuschen aber sind ziemlich gut. Ich glaube, die Fantasie ist hier drin, oder? Oh, schuldigung. Also auf die 4, die ist ja in die Garage, in Ebene 4, denke ich schon mal, also ich mag eben nicht. Ich bin nicht wirklich. Sorry für den ganzen Ärger, aber ich bin jetzt beim Auto. Weiß Wohin, warten Sie einen Moment. Geht nicht, ich muss los. Weiß Wohin! Scheiße, gehen Sie zur Abwohnung aufs Dach der Garage. Sie können immer noch vor ihr da sein. Sag mal, willst du mich jetzt gerade verarschen? Jut. Leute. Ja, ich weiß. Also, wir kijken nicht. Wenn guADE, RAPPchlossen. Ja, nisg da. hmm oh da 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 sommige das da da 3 da raus stand m da Polier, bei dem steht er. Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht, was die Tabile macht. Es sieht zwar niedlich aus, was die Tabile macht, aber das ist die Art. Das war's für heute. 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 Ich habe nicht mehr gekauft, oder? Ich habe jetzt mehr zu mir, aber es war's für heute. Wir sind da die ganze Zeit so gut durchgekommen Und jetzt auf einmal Flietung So gut, schon mal Soll ich das kommen? Ich wolle auch hier hinweg Natürlich Ich nehme dich Ich nehme dich Ich habe dich Ich nehme dich Nö Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Ja, es ist der eine andere Lösung. So.